Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial hier auf dem Süd-Esmeraldischen Fernsehen. Ihr habt euch bestimmt schon gedacht, warum das jetzt erst kommt. Ja, ganz bedacht. Manche wissen es noch nicht. Manche bauen Sand immer noch manuell ab, obwohl es ganz einfach geht. Mit diesem einfachen Fackeltrick ist das ganz leicht zu verstehen und ihr könnt es auch ganz leicht selber ausprobieren. Dazu braucht ihr keine Schaufel, so wie ich es gerade im Inventar habe, sondern ihr braucht jedlich nur eine Spitzhacke, um den darunterliegenden Sandstein abzubauen. Wenn das Sand komplett frei liegt, könnt ihr ihn auch sofort darunter abbauen. Ich demonstriere kurz das einfache Beispiel, dass man Sand über einer Fackel platzieren kann. Dann baut man dann den untersten Sandblock ab, fallen die anderen Sandblöcke, die oben drüber errichtet wurden oder generiert wurden, nach unten durch die Gravitation. Und die Fackel, ich kann es ja kurz nochmal zeigen hier, hier fällt nach unten, bleibt stehen, weil er ein Block im Weg ist. Wenn ich den Block im Abbau, verhindert das dann ganz leicht. So, in der Praxis sieht es so aus, wir haben hier einen riesengroßen Sandklumpen, den baue ich eh gerade ab. So aus Screen im Let's Play können wir auch mal vorbeischauen. Und wenn man den in Zier, hier unten sind Fackeln platziert, einfach auf dem Boden platzieren und das abbaut. Und blöpp und blöpp und blöpp und blöpp und blöpp. So, das wurde ein einfacher Fackeltrick. Jetzt kommt noch ein kleines Gerücht, was auch manche gestellt haben, was manche wissen wollten und was sich zeigen sollte. Und zwar, wenn man an einer Wand Fackeln platziert, glitscht der Sand durch und es wird nicht abgebaut. So, gleich Prozedere. Es wird nicht abgebaut, aber es wird nur so weit abgebaut, bis die Fackel oben erreicht wurde. Ihr seht, dort oben sind eins, zwei, also zwei, nee, sind drei Sandblöcke. Ich seh das mal kurz. Hier ist eine Fackel und darunter sind zwei Luft. Das bedeutet, wenn ich den abbaue, sieh die drei, die runterfallen und der dritte, der blöpp weg, weil hier oben eine Fackel ist. Das haben nämlich viele noch nicht gewusst. Ist was Neues und das macht diesen Fackeltrick so besonders und den Rest muss man dann trotzdem mit der Schaufel abbauen. Ich hoffe, dieser Trick hat euch gezeigt, dass das sehr, sehr leicht geht und man kann damit sehr, sehr viel Spaß haben. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Ausprobieren. Ich bin Sadek Esos vom Süd-Esmoradischen Fernsehen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß, wie gesagt, beim Ausprobieren. Tschüss!